Aufrechnung im Mietverhältnis. Bei der Aufrechnung ist es grundsätzlich so, wenn zwei Personen gegenseitige Ansprüche haben, in der Regel eben in Geld, der Vermieter kann von dem Mieter beispielsweise 1.000 Euro verlangen, aber der Mieter hat unter Umständen auch 1.000 Euro Ansprüche gegen den Vermieter, dann können die Parteien diese gegenüberliegenden Ansprüche miteinander aufrechnen. Wird diese Aufrechnung entsprechend erklärt, dann erlöschen diese Forderungen in der jeweils gegenüberstehenden Höhe. Mehr dazu hier oder auf www.levento.de. Schön, dass Sie dabei sind.